Nummer 5. Dieses Modell hat einen Druck von 6,9 Bar. Das Antikalksystem verfügt über ein integriertes Reservoir, das bis zu 10 mal mehr Kalkpartikel auffängt als andere Modelle, was zu einer optimalen Leistung führt. Die Kombination der exklusiven MicroSteam HD 400 Laserplatte mit der Eco-Technologie ermöglicht es uns, viel Wasser und Strom zu sparen. Es zeichnet sich auch durch sein ökologisches Design aus, da es zu 45% aus recycelten Materialien besteht. Schließlich können wir dank der manuellen Einstellung von drei Programmen genau die Dampfproduktion und Temperatur wählen, die für jede Art von Bügelwäsche erforderlich ist. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4. Dieses Modell zeichnet sich dadurch aus, dass es eines der leisesten Rowenta-Bügelzentren ist, mit einem extrem niedrigen Geräuschbegel, auf der Suche nach einem angenehmeren und weniger aufdringlichen Bügelvorgang. Es hat eine Hochdruckdampfleistung von 6,5 Bar. Die kratzfeste MicroSteam 400 Bügelsohle verfügt über 400 Mikrolöcher für eine perfekte Dampfdiffusion, die das Glätten der Kleidung sehr einfach macht. Schließlich ist dieses Gerät mit einem exklusiven Kollektor für eine effizientere und langlebigere Leistung, einem abnehmbaren Wassertank mit großem Fassungsvermögen und einem integrierten Verriegelungssystem für den einfachen Transport ausgestattet. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Das ist ein Mittelklasse-Modell, aber sehr komplett, mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Dieses Bügeleisen verfügt über ein Hochdruckdampfsystem von 6,3 Bar. Erwähnenswert ist auch die von Rowenta patentierte MicroSteam 400 HD Laserbügelsohle, die eine maximale Dampfverteilung auf die zu bügelnden Kleidungsstücke und Stoffe bietet. Die Antikalkfunktion des Geräts besteht aus einem praktischen Spülsystem, das die angesammelten Partikel auffängt und leicht entfernt, wodurch eine längere und dauerhafte Leistung erreicht wird. Zu beachten ist auch der Eco-Modus, der es ermöglicht, bis zu 20% Wasser und Strom zu sparen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Dieses Bügeleisen hat einen abnehmbaren Tank mit großer Kapazität, ideal für ununterbrochene Bügel-Sessions. Zusammen mit der Kraft des kontinuierlichen Dampfes wird uns dies ein schnelles und effizientes Bügeln ermöglichen. Die hochwertige MicroSteam 400 Laserbügelsohle ist aus kratzfestem Edelstahl gefertigt. Sie verfügt über 400 Mikrolöcher, die den Dampf optimal über die Spitze, die Mitte und die Seiten der Sohle verteilen. Die Laserbehandlung sorgt für langanhaltende Leistung und ein sanftes Gleiten auf all Ihren Kleidungsstücken. Seine verbesserten Funktionen, wie zum Beispiel der Leistungsstärke Eco-Modus, ermöglichen es uns, bei maximaler Leistung bis zu 15% mehr Energie zu sparen. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Das ist eines der einfachsten und günstigsten Modelle der deutschen Marke. Ideal für kleine Familien. Rowenta Easy Steam verfügt über einen leistungsstarken Dampfstrahl, der in Kombination mit einem großen Wassertank mit 1,2 Litern Fassungsvermögen für mehr als zufriedenstellende Ergebnisse sorgt, und das viel schneller als herkömmliche Bügeleisen. Das Antikalksystem besteht aus einer austauschbaren Kartusche, die eine zuverlässige und lang anhaltende Imprägnierung garantiert und die Wartung des Geräts erheblich erleichtert. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung.